Heute um 21.15 Uhr. RTL 2 zeigt in den Namen. Immer überraschend, wie Frauen eben sind. Brigitte. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten. Sie bringt's wieder voll mit Downlaw und 2 for Family. Mit den Smash-Hits von Echt, Five und Touché. Brandneu, Smash Folge 3. Die haut wieder mächtig rein. Zwei Last-Minute-Flüge nach London. 690 Mark über Internet. Hotel, 140 Pfund über Telefon. Zwei Karten für Grease, 71 Pfund über Internet. Sie immer noch überraschen zu können. Unbezahlbar. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Eurocard. Die richtige Karte für Ideen nach Ladenschluss. The holiday regrets, that's what we dream. It is the season, it's always the real. Sailor Moon Vol. 4. Power of Magic. Mit neun Songs der Supermoonies. Echt, Just Friends und und und. Die CD mit den magischen Extras. Wackelbild-Cover, Riesenposter, original japanische Songs und vieles mehr. Sailor Moon Vol. 4. Power of Magic. Und was wird aus Ihren Träumen? Wir öffnen Horizonte. R&V, die Raiffeisen- und Volksbankenversicherung. Der RTL 2 Chart-Tipp. Diese Woche Banana-Fischbuck. Der RTL 2 Chart-Tipp. Immer die neuesten Hits. Fantastische Weihnachten bei RTL 2. Freuen Sie sich auf sagenhafte Wesen. Hier ist das Schwert des Heiligen Gerads. Erleben Sie halsbrecherische Abenteuer. Die beiden wissen es noch nicht. Aber sie sind für ein anderes Schatten. Schwein! Himmlische Helfer. Loslassen! Was sagten Sie, Sie wären mein Engel? Ich bin hier, weil du mich brauchst. Erleben Sie übermenschliche Mächte. Derjenige, der die Zeit beherrschen wird, beherrscht das ganze Universum. Euer Königreich wird vor euren Augen zu Staub zerfallen. Es muss jemand die Uhr anhalten. Willkommen im Reich der Fantasie. Die Weihnachtstage bei RTL 2. RTL 2 und Bindinglager präsentieren Stargate. Am 6. Januar kommt Besuch. Das Tor schließen! Doch mehr ist nicht. Nein! Von dieser Welt. RTL 2. Zeit. Es wäre für uns alle besser, wäre das Stargate für immer verschlossen geblieben. Stargate. Die Serie ab 6. Januar. Nur hier.